Herzlich willkommen bei den Topfguckern. Mein Name ist Tim Sillak, ich bin 36 Jahre alt und Küchenmeister gebürtig aus Cottbus, aber mein Handwerk habe ich auf der ganzen Welt gelernt. Ich freue mich heute, Ihnen im Fürstpücklerpark Branitz das Kavalierhaus zu präsentieren. Ein Haus mit einer Pension, einer Eventfläche und zwei verschiedenen Restaurants. Einmal mittags ein Ausflugsrestaurant, was Kavalierhaus heißt und einmal abends das Gourmet-Restaurant Lou, immer von Donnerstag bis Sonntag. Und ich freue mich, dass Sie heute mit in meine Töpfe gucken und ich meine Kulinarik präsentieren kann. Ich fasse das gern zusammen als fürstlich modern. Selbstverständlich arbeiten wir im Gedenken an Fürstpückler, aber mit dem Blick nach vorne.